Die Sozialdemokratische Partei Österreichs ist eine der ältesten bestehenden Parteien Österreichs und eine der beiden traditionellen Großparteien des Landes. Gegründet 1889 in Heinfeld, Niederösterreich, als Sozialdemokratische Arbeiterpartei hieß sie 1918 bis 1933 Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs. Während des Austrofaschismus und der NS-Diktatur war sie verboten. Von 1945 bis 1991 lautete der Parteiname Sozialistische Partei Österreichs. Seit Juni 1945 hat die SPÖ ihre Parteizentrale in der Löwelsstraße 18 im ersten Bezirk in Wien, weshalb die Löwelsstraße in Bezug auf die SPÖ meist metonymisch für die Bundespartei steht. Die von der SPÖ vertretenen Positionen sind im aktuellen Parteiprogramm von 1998 niedergeschrieben. Die SPÖ stellte seit 1945 in 15 von 28 Bundesregierungen den Bundeskanzler und 6 von 8 Bundespräsidenten der Zweiten Republik waren SPÖ-Mitglieder oder wurden beim Erstantritt von der Partei unterstützt. Derzeit gehören ihr mit dem Bundespräsidenten, dem Kanzler und der ersten Nationalratspräsidentin die Inhaber der drei höchsten Staatsämter an. Und sie stellt drei der insgesamt neun Landeshauptleute. Inhaltliches Profil In ihrem Grundsatzprogramm beschlossen am Parteitag 1998 bekennt sich die SPÖ zur Sozialdemokratie, zu den Werten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Vollbeschäftigung. Gleichzeitig wird aber auch die Notwendigkeit von politischer Liberalisierung, Modernisierung und Veränderung thematisiert. Den Grundsätzen der Sozialdemokratie entsprechend ist das Ziel der SPÖ eine Gesellschaft, in der alle Klassengegensätze überwunden sind. Nach Meinung der SPÖ müsste jegliche Form von Arbeit zwischen Männern und Frauen gerecht verteilt werden. Als Ziel nennt die SPÖ die Vollbeschäftigung. Sie bestrebt die Zugänglichkeit öffentlicher Einrichtungen für jeden unabhängig vom sozialen Stand. Außerdem fordert sie ein faires Arbeitsverhältnis und Mitbestimmungsrecht von Arbeitnehmern in Unternehmen als Basis für eine soziale, wirtschaftliche Entwicklung. Des Weiteren tritt sie für ein Steuersystem ein, das eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung erlaubt. Den Staat sieht die SPÖ als Träger einer aktiven Wirtschaftspolitik. Die Privatisierungspolitik, die zu Beginn der 1990er Jahre von SPÖ geführten Regierungen betrieben wurde, lehnt sie ab. Im Wahlkampf zum Nationalrat 2008 waren zentrale Forderungen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung und der Vermögenszuwachssteuer. Im Frühjahr 2009 beauftragte Bundeskanzler und Parteichef Werner Feymann den steirischen Landeshauptmann Franz Woves zur Entwicklung eines neuen Wirtschaftskonzepts für die SPÖ. Unter dem Titel New präsentierte Woves im April 2009 sein Programm, welches aufgrund der Forderung einer höheren Vermögensbesteuerung und der Wiederverstaatlichung von liberalisierten Unternehmen, die dem öffentlichen Auftrag nicht nachkommen, eine innerparteiliche Debatte über einen wirtschaftspolitischen Linksruck auslöste. 2010 setzte die SPÖ auf eine Kampagne über Verteilungsgerechtigkeit und machte damit große Teile des Wirtschaftskonzepts von Franz Woves zum Programm. Die Bildung wird im Programm der SPÖ als soziales Grundrecht angesehen. Demnach tritt die SPÖ für Chancengerechtigkeit ein. Eine der zentralen Forderungen ist die gemeinsame Schule der 6- bis 1-4-Jährigen als Modell der Gesamtschule. Ein weiteres Anliegen ist der flächendeckende Ausbau der leistbaren und bedarfsorientierten Kinderbetreuung und die Herabsetzung der Schulpflicht auf. Das 5. Lebensjahr Im Bereich Studien verlangt die SPÖ einen freien Zugang zu den österreichischen Universitäten. So wurden beispielsweise im Jahr 2008 die einige Jahre zuvor eingeführten Studiengebühren abgeschafft. Weiters setzt man sich für die Sicherung der demokratischen Mitbestimmungsrechte in der Höhe ein. Als sehr wichtig wird auch die Gleichstellung von Frauen und die Tolerierung ethnischer Minderheiten empfunden. Die SPÖ will den interkulturellen Dialog forcieren und tritt für die Integration von Zuwanderern ein. Im Kampf gegen Unfreiheit und Diskriminierung setzt sie sich gegen Terror, Folter und die Todesstrafe ein. Das Wahlprogramm von 2008 greift auch das Thema Homosexualität auf und befürwortet so die gesellschaftliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das war das Thema Homosexualität und Verbrauch im Rahmen formlichen Königreich. Das war das Thema Homosexualität.